Was glaubt man uns, die Falte, Osir, und jetzt, jetzt halt die Frage, wie, und wo, und warum, und was, nee, ernsthaft, jetzt bin ich drauf gespannt, was jetzt abgeht, ich hab, keine Ahnung, ich geh aber mal, also was ich jetzt einschätze ist, Moment, dass wir erstmal die Charaktere abholen, was ich einschätze ist, ey, ey, ich will die Charaktere zurückholen, bitte, hab ich jetzt nicht zurück, oder was, bitte hol die Charaktere zurück, oder Sie noch im Training, ja, ne, tschüss, okay, was darfst du, hol die zurück, ja, Feierabend, ja, Feierabend, ach so, der ist so beim Training, oder was, ah ja, lass ihn mal trainieren, bisschen, okay, krass, der ist immer nicht fertig, naja, jedenfalls, Freunde, ihr seht mal, wenn wir hier hingehen, dann vereinen sie sich, also ich schätze mal, wenn ich nach links gehen würde, würde ich gegen Dars kämpfen, rechts gegen Kürer, oder in der Mitte gegen beide, Fragezeichen, wir testen es einfach mal aus, hier an der Stelle, ähm, ja, Was ist jetzt los, was, wie, ich kann es zu dritt spielen, ich kann drei Kämpfer wählen, ernsthaft, ja, ist es so schwer, oder was, verarsch mich nicht, warte, 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 jetzt bin ich doch geschaut, was jetzt abgeht, okay, ja, wie, bereit, HLZ, warte mal, jetzt sind wir noch andere wählen, FFM-Boser nehmen wir auf jeden Fall noch mit, ne, da kennt die, und zum Schluss, ja, noch Tun, nicht mit, Tun, Link, Oren, ja, wo sind sie, ist das jetzt so schwer, dass ich drei Spiele wählen muss, oder was, ich bin echt drauf, was jetzt abgeht, Alright, Geist, ja, lassen wir, ne, Moment, 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 wir nehmen wir nicht Giftschutz, wir nehmen auf jeden Fall hier mit, unsere Standardausrüstung, Würde ich sagen, los geht's, Freunde, ich weiß nicht, was jetzt abgehen wird, wir gucken einfach mal, ich gehe stark davon aus, dass wir gegen beide kämpfen werden, Die Sache ist, Jetzt, weil wir gegen die kämpfen, ist es zum einen der Endkampf, zum anderen, wenn ich nach links, rechts gehen würde, oder so, wären es optionale Enten, Ich habe keine Ahnung, wie jetzt? Okay, Hä? Wie jetzt? Stopp, 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 Oh! Alter, ich bin so drauf, was jetzt abgeht, vor allem, gegen wie viele Gegner wir kämpfen müssen, es kann lange dauern, es kann kurz dauern, es kann, komm mal, ran jetzt, dauern, Alter, was? Ey, das ist geil gemacht, so, etagenweise, stepweise? Okay. Was? Was ist denn hier los? Ah! Ah! Kann ich ihn anhalten? Ja, tatsächlich. Was willst du von mir? Mach deine Augen zu, Junge. Ah, das ist eine geile Sache, und was ist mit Kyra da, ich schämpfe gegen beide, oder was ist los? Oh, Rakete! Oh, meau! Meau! Nice. Warte mal, warte, warte mal, es war gerade übertrieben fun. Wie? Warte mal, kann ich ihn, Kyra, kann ich Kyra angreifen, oder? Nein. Was ist los hier? Oh! Wer ist da, was haben die da gemacht? Kämpfen die auch gegeneinander? Hä, wer ist wer? Sind das Kyras Geister gegen das Geister? Ja, wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich gegeneinander. Ja, nichts dagegen, du. Weniger für mich. Oh, das ist halt nicht, komm schon mal ran. Scheinein! Nice Vorlage, Shiggy. Oh, my God. Hey, warte mal, warte mal, warte mal, was? Was geht nie ab? Oh, oh. Ich krieg keine Luft. Okay, Spaß. Adios, alles klar. Oh, oh. Ah, meau, meau. Oh, meau, 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 meau. Oh, oh, oh. Oh, langsam. Oh, okay. Was ist das? Ey, das ist irgendwie boxt, das. Oh. Die Musik ist doch geil. Oh. 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 Ronaldo. Oh. Oh! Oh! Look at the moose! So aggressiv wie der die rausfuckt! Tomate! Oh! Wer bist denn du? Oh! Okay, Kühe aber jetzt wissen. Oh! Okay, das ist doch ein bisschen... ...trickreicher, sag ich mal. Dreckreicher. Dreck setzen. Hallo? Ich fühle mich grad wie auf eine... ...Eisclimber-Stage. Okay. Oh, ich dachte, die täuscht an! Hey, yo! Oh! Hier, marquete! Oh-oh. Oh-oh! 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 Einfach drauf, alles klar. Ja, genau das. Ah, Hilfe! Hab ich grad echt verloren. Das ist ja gerade übertrieben peinlich. Das musste gerade echt nicht sein. Das ist ja gerade so sinnlos einfach. Wenn mir ein Kämpfer fehlen wird, dann heulich. Das ist ja so sinnlos. Ey, das war... Ja, siehst du Browsers Müll auf sowas? Ridley war übertrieben geil. Ah! Was? Habt ihr das gesehen? Look at the moose, look at the place. Oh, it's ridley gegen mich. Ich hab Angst, dass Kürer da hinten was macht. Ah, Kürer und Dawson da hinten. Let's see. Oh, yo, 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 was ist denn los hier? Die Sage ist aber geil. Sage ist geil. Warum kann ich so viel fliegen? Ah, das ist von Sanji. Wie heißt das? Skywalk. Heißt Skywalk die Technik? Skywalk. Zack. Oh, oh. Okay. Ja. Was ist jetzt los? Hallo? Ist hier jemand? Ja, siehst du, es war übel. Ich kapiere gar nichts. Hä? Es war übertrieben sinnlos, dass ich Ridley verloren habe. Übertrieben sinnlos. Richtig. Das müsste auf gar keinen Fall sein. Wie jetzt? Ah, ich muss auf seinen Kopf. Buh! Buh! Was war da einfach zu machen? Ey, ist das so sinnlos, dass ich Ridley verloren habe. Ich werde es so bereuen. Ich weiß es einfach. Steh auf. Oh. Mal, langsam, ey. Ich verliere viel zu viel Leben. Ich war übel viel Scheiße. Wenn ich jetzt gegen jeden Boss-Nehner kämpfen muss, um im Endeffekt dann gegen Kyra oder und oder... Hä? Ach so. Warte, was will ich denn ausweichen? Ich will nicht kämpfen. Was? Ich will nicht kämpfen. Ich will nicht kämpfen. Was will ich denn ausweichen? Ja, dann haben wir hier eine lange Nacht heute. Lange Nacht! Warte mal. Soll ich wieder hier für Gleichgewicht sorgen, oder was? Ich verstehe nichts, Leute. Das ist doch ein Gleichgewicht. Das ist doch ein Gleichgewicht. Komm mal leer, du. Komm mal leer jetzt. Komm du mal leer, Junge. Ah, ich hätte diesen von Megaman nehmen sollen. Er war viel einfacher. Rathalos war schon ein bisschen tricky. Hey, Rathalos! Oh, MAU! Ah, Rathalos ist aggressiv, ey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Komm mal, erst mal zwanz abschneiden. Push den. Rathalos. Oh, MAU! Ey, lass mich in Ruudu. Oh, mein Gott. Junge, du sollst mich so erschrecken. Oh, oh. Pultrans sinkt. Aufs MAU! Nein. Nein. Schau, BOMS. Du wein. Nein. Nein, 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 stopp. Oh, oh. Nein. Ey, ich check grad gar nichts, okay? Ich check legit nichts. Ja, was denn ich kämpfen will, zwar im Ernst. Oh, ja damit. Max, dieser Max. Au, mau. Kann ich beide auf einmal kämpfen? Ich glaube nicht. Oh. Ich muss wahrscheinlich gegen jeden kämpfen, ich mach es einfach mal. Naja, keine Ahnung. Was? Dass ich wirklich verloren habe, war so sinnlos. Und hier einfach... Ja, keine Ahnung. Ich kann es dir einfach eigentlich zu viel schaden, um ehrlich zu sein. Ich kann es dir eigentlich zu viel schaden. Aber ja, was weiß ich. Ah, guck mal. Doch, da ist wieder irgendwas im Gleichgewicht. Schaut mal hinten... ...unser Hintergrund an. Ich habe jetzt keine Ahnung, welche ich nicht besiegen soll. Was war jetzt Max, dieser Boy für eine? Warte, wir haben einen... Oh. Oh, der will, dass ich mich entscheiden. Komm mal her, Max. Oh. Okay, es gibt nur noch Bowser so. Ey, immer diese Gleichgewicht-Touerei. Oh, my. Max, komm mal her. Der Max war übel gruselig. Als ob Kinder davon nicht Schiss bekommen. Jetzt sag mal ehrlich. Auf einmal wird es nur gruselig. Ey, Max. Kinder schreck, Max. Ey. Was machst du da oben? Da war so klar. Keine Spielerei. Max, hör auf. Was? Dieser Max. Was? Was? Dieser Maximilian. Ja. Oh. Die weg. Ja, ja, ja. Ich habe Angst vor denen. Hilfe. Ah. Okay. Ah, die sind deutlich einfacher. Die Gegner wusste nicht. Aber... Ist auch gut so. Und das wäre ein bisschen unfair. Weil ich müsste ja wahrscheinlich gegen jeden Kämpfen. Ich weiß es nicht. Herzcontainer? Ja, nein. Nehmen wir einfach mal rein mit. Ist ja alles 4 to play. Hättest du wieder so ein Gleichgewicht, aber... Die Sache ist... Die Stolper. Die Sache ist legit. Ja, was jetzt? Welche Seite wählen wir? Was sollst du machen? Freestyle. Kommt beide nochmal her? Oh, stopp. Oh, mein. Kommt nochmal her. Beide. In die Mitte aber. Genau. Oh! Bin ich getroffen habe. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es war Bowser. Hey, was ist jetzt los, hä? Ja, ist das Zuka schon lange. Oh, Mau. Komm du nur her. Ich bin der wahre SSM Bowser. Ja, morgen. Nein! Ist doch wieder so ein sinnloser Tod, ey. Wie das so sinnlos einfach. Ich hasse mich für sowas. Diese Runter-A. Ich hasse mich dafür. Digit, passt auf, bei Link passt es gleich auch. Ich hasse mich für sowas. Ich hasse mich dafür für Runter-A. Wir haben sinnlos zwei Charaktiere von... ...au, wenn ich jetzt das Game verliere und wieder alles machen muss. Oh, mein Gott. Dann ist er tritt. Ja, was ist das? Du bist der Letzte, oder? Ja, komm doch her. Ey, Mann. Das müsste echt nicht gewesen sein. Das musste echt nicht sein, ey. Oh, mein Gott. Ich heu gerade. Ich weiß. Wegen so ein Ding... Ich kenn mich. Wegen sowas verliere ich einfach. So ohne Ehre, ey. Wegen so einem Leistungsfehler einfach. Ich werde so heulen und so weinen. Ich werde so weinen. Ich werde so weinen. Ich werde so weinen. Lass mich mal da durch jetzt. Oh mein Gott. Oh, ich darf Quatsch. Nein. Oh mein Gott, war das knapp. Höh? Alter, wir haben nochmal Ridley. Was ist hier los? Ist das ein Veränder? Ist das ein Veränderungsveränderung von Ridley? Ey, ich hab grad... Ich versteh das grad nicht. Warum hab ich noch Ridley? Alter, meine Chance. Ey, dieser Gennedorf ist mit einem Abstand der am nervigste. Ihr merkt das. Mit Abstand. Oh nein. Geh dich um. Warum hab ich noch Ridley? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hey, keine Ahnung. Aber das war noch nicht alles. Oh, okay. Wie? Was jetzt? Das ist bestimmt noch gegen Kyra oder Das oder gegen Beine kämpfen. Oh, ich hab einfach so karaktärsinnlos verloren. Oh, Kyra und Das. Was die fusionieren sich? Nein. Gegen beide gleichzeitig. Ja, okay. Sonst haben wir sonst noch andere Sachen. Ich hab heute noch was zu tun. Gegen beide gleichzeitig. Ja, 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 ja. Was kommt ihr so nachts, wenn ich fragen darf? Wenn ich das fragen darf? Okay, ich greife es jetzt an. Danach greifst du an. Okay. Ich hab zu viele karaktärige Aufwärts. Ich werde es nicht schaffen. Spaß, ich glaub an mich. Nicht. Oh, lol. Hä? Ich check gar nichts. Aber ich weiß sowas. FFM, Buse! Ich lasse gehen erst mal auf einen. Hey. Ach, ich kann die Dinger zerstören. Sag mal, das ist gleich. Habe ich noch nie gemacht. Okay. Lass mal kurz in Ruhe, bitte. Ich hab dir was zu tun. Ah, der tut auch Dings schaden. Das. Oh, Mahaleluja. Oh, der ist böse. Der ist böse. Was hast du gemacht, du dummes Sch... Boah. Du dummes Sch... Oh, hilf mir! Hilf mir, was ist hier los? Silos, cosilos. Oh, mein Gott. Ich merke erst zum ersten... Äh, grad zum ersten Mal, dass die Bomben da... Ist das eine Bombe, ey? ...zerstören kann. Ich hab nichts damit zu tun. Ich hab nichts damit zu tun. Oh, ich stehe so gut, ich stehe so gut. Das hat die Kyura gemacht. Das hat Kyura gemacht. Oh, oh, Sinus, cosilos. Ah, ah! Purigoku! Mah! Nein. Junge, jetzt verreckt mal. Nice, löscht euch gegenseitig aus. Oh oh. Hilf mir, ich fähre dich an. Ja, Kyra, jetzt wo er besiegt ist, können wir nicht zusammenarbeiten. Hallo, Darth is down. Können wir nicht zusammenarbeiten? Ich hab doch nichts gegen dich. Was machst du? Oh. Oh. Nein. Bitte lass mich, bitte lass mich von hier weitermachen, ich fähre dich an. Bitte, 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 bitte. Warum ist Link nicht wiedergekommen? Bitte, bitte lass mich nicht alles, bitte lass mich wieder von hier anfangen. Oh, mein Herz. Oh, das war gerade so dumm, Mann. Okay, ich hab einfach nur... Okay, ich hab jetzt wieder jeden. Oh mein Gott, wir haben schon, wir haben hoch aus, hoch aus verkackt hab ich. Aber ey, das Spiel sagt sich, okay komm, jetzt hat ich wieder jeden. Achso, warum glaub ich das Ding nicht haben? Ey, wir haben hoch aus verkackt, ganz ehrlich. Aber ja. Ich hab... Nintendo ist family friendly. Deswegen kriegen wir immer free Leben. Aber ist schon geil, dass man gegen beide kämpft, finde ich. Und die treffen sich auch beide. Das ist umso geiler. Und die treffen sich auch beide, das ist umso geiler. Ich hab' den Abster gelassen. Aber es macht fun. Es macht auf jeden Fall fun. Ganz ehrlich, es bockt sich, gegen beide zu kämpfen. Oh. Hey, das ist doch nicht abgemacht. Oh nein. Oh nein. Ja, aber ich fühle sie. Oh. Oh, the legend of Zinus Kusinus. The legend of mathematics. Oh mein Gott. 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 Nein! Oh. Oh. Oh mein Gott, ey. Sag mal, das zieht sich auch voll. Aber jetzt stehen wir gut aus. Du übernimmst. Okay. Wo ist das denn? Kein Bock mehr. Das, komm, mach mal was. Ja, chill doch, bis ich weg bin, du dummes Ding, du. Oh, jetzt sind beide böse. Oh, oh, oh nein, Mathematik. Oh, jetzt sind's aber, hä, jetzt geht's ab, du. Oh mein Gott. Oh mein, yeah. Oh, oh. Schau wieder. Kämpf gegeneinander. Oh, oh. Ja, okay. Was ist das? Was war das? Es ist das Auge! Oh mein Gott, der hat sich jetzt da verloren. Überleg mal. Was machen die? Geh du mal weg jetzt. FFM Bowser übernimmt's. Oh, oh. Oh. Ich versteh nichts. Nein. Nein. Nein, ich depp, ich depp, ich depp. Ja, wir gehen jetzt High Risk. Wir haben noch 2 Link. Überleg mal dann den Legend of 2 Link runter, ah, sterben. Das wär so grauenhaft. Oh. Oh. Schau mal. Was jetzt, hä? Oh. Oh nein. Wenn jetzt noch was kommt, dann weiß ich auch nicht, Leute. Hey, das war was. Aber geil. Das ging übertrieben lang, der Kampf. Der Kampf ging echt lang. Oh. Ich glaube, wir sind am Ende. Ich glaube, wir sind fertig mit Smash. Warte. Warte. Ich sag's jetzt schon mal. Smash wird auf jeden Fall noch Content kommen. Genau. Nämlich in Sachen von Kämpfen. Wird gerne Online-Kämpfe hochladen oder Kämpfe an sich. Im Streams Smash war eh ab und zu. Pokémon hab ich auch nicht vergessen, Freunde. Aber jetzt kann ich eben quasi für sowas noch Zeit haben. Pokémon weitermachen, Smash halt machen. Zusätzlich. Wird auf jeden Fall geil. Aber es sieht so aus, als wer fährt hier. Ja, warte. Was war das Ganze mit Dars und Kyra? Wer war das? Aus dem Mist kam? Die wollten einfach alles zerstören. Wow. Oh. Oh, das sieht geil aus. Das sieht echt geil aus. Oh. Wohl. Das sind die Kämpfer. Das müssen die Kämpfer sein. Ah, wir sind durch. Ey, ich glaube, wir sind durch, Freunde. Ah, Glänzert-Moment. Das war echt geil. Das war echt ein geiler langer Weg, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen, alle, die eingeschaltet haben. Wie gesagt. Soviel zum Story-Modus. Sterne, irrennen, Lichter. World of Lights. Oder World of Lights. Oh mein Gott, Freunde. Ich lasse das Ganze natürlich runterlaufen. Einfach so, das mache ich gerne. Von der Credits. Aber wie gesagt. Freunde. Smash letzte ist durch quasi. Aber. Content zu Smash wird auf jeden Fall noch kommen. Jetzt kann ich mich mehr drauf konzentrieren. Einfach konzentrieren. Sorry. Einfach zu kämpfen. Online Kämpfer. Zu kämpfen. Zu bearbeiten. Für euch hochzuladen. Selbes geht jetzt auch mit Pokémon. Ja. Das Ding war ja Pokémon. Als Pokémon. Letzte. Fertigverkontakt. Smash. Letzplay. Deswegen. Ich kam zu Pokémon lange Zeit. Aber zu Pokémon wird jetzt auch kommen. Ein paar Sachen haben wir noch zu tun. Auf jeden Fall. Das heißt. Videos. Wie gesagt. Streams. Freunde. Der Streamplatz in meiner Beschreibung. Checkt ihn auf jeden Fall ab. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ey. Es war echt ne geile Reise. Es war echt ne geile Reise. Smash. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So rückblickend. Der Kampf am Ende. Ich denke von der Schwierigkeit her. Schwierigkeit her geht's eigentlich. Bin ich ehrlich. Haha. Wenn man so wie scheiße wird. Dann brauchen wir natürlich alle leben. Aber. Es war mal abwechslend. Auf jeden Fall abwechslungsreich. Es. Oh mein Gott. Lass uns das gemeinsam noch zu Ende gucken. Freunde. Und ich bin ihm lang. Für alle die reingucken. So eine Songanlage. Song Einlage. Von eurem Boy. Guck mal. So fing es an. Bist du noch? Dars gegen Kyra. Ich hab. Ich check. Hä? Keiner weiß. War Kyra gut. War Kyra böse. War das böse. War das gut. Wir haben einfach irgendwas gemacht. Jeder hatte Bock sich ne Armee zu erstellen. Gegen einer zu kämpfen. Und wir waren dann diejenigen die die befreien mussten. Keiner weiß. Ah legit. Wir haben am Anfang echt. Gegen Dars und Kyra gekämpft. Ich dachte es war nur einer von beiden. Aber jetzt erinnere ich es wieder. Nachdem ich das gesehen habe. Oh. Komm Jo. Ich scheiße. Es wäre nicht richtig. Das ist geil, das ist geil. Oh. Mein Gott. Ich heul. Wie das aussieht so mal. Ich bin drauf geschaut, was halt danach geht. Ich fang mich immer, was geht danach, falls du das spielst. Kommt dann auch noch was. Nein! Ich habe auf Start gedrückt. Nein! Eigentlich gucke ich so Credits gerne zu Ende. Was war das gerade? Warum habe ich auf Start gedrückt? Aber guck mal, was wir einen Geize bekommen haben. Warum habe ich das gerade gemacht? Geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Fortschritt 86%. Also ich hätte... Vor der letzten bisher, weil ich das nicht auf 100% spielen, denke ich vorhin, okay, wir fahren von hier wieder an. Ja, das frage ich mich immer. Was denn danach abgeht. Ich habe einfach die Credits überflogen. Aber ich hoffe, das war nicht schlimm. Jetzt habe ich extra noch gewartet. Aber Freunde, ja, so viel Legit zum Smash. Zum Smash Let's Play. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. So viel zum Stern der Irren Lichter. Wie gesagt, Content wird auf jeden Fall noch kommen. In Streams auch, Freunde. Ähm, ja. Wahrscheinlich werden wir das in Streams auch 100% klatschen, sage ich mal. Fortschritt technisch. Ich will jetzt langsam, wie gesagt, Kämpfe bringen. Und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zusehen. Sorry, dass ich Credits überflogen habe. Legit. Warum? Einfach mein Finger ist ausgerüttet. Tut mir wirklich leid. Normalerweise gucke ich sowas zu Ende. Jedenfalls hoffe ich dann auch, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Peace. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Will it won't be alright